So, hallo Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Battle of Basilica Final Mix von der Stories of Eidation. Meins ist die Play S4 Version, genau, Playstation 4 Version. Hier sieht man das Bild von Terra, das wollte ich auch nochmal zeigen, aber ich glaube das von Aqua habe ich gar nicht gezeigt. Ihhh, gibt's mega fail von mir. Aber egal. Im letzten Part hat uns Malefiz dazu gebracht. Prinzessin Auroras Herz zu, ja, entreißen, entnehmen, wie auch immer. Und am liebsten würde ich Kingdom Hearts, oh, ich könnte auch hier landen, am liebsten würde ich Kingdom Hearts heute beenden, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein, leider. Ich habe gestern ganze sechs Folgen davon aufgenommen, wow. Jetzt ist sechs Folgen Kingdom Hearts, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stimmt, mit Aqua und Ventus war ich gar nicht hier. Ich weiß mir jetzt nicht, dass ich wüsste. Eigentlich ein mega fail schon wieder. Im Nahkristall. Und ich habe heute auf mein Handy geguckt. Da dachte ich, lag ich so im Bett, gucke ich mal drauf, sehe ich 2.40 Uhr morgens dann, what the fuck, ich muss aufstehen. War ich viel zu spät dran, bin ich dann aufgestanden, nur um an der PC-Uhr dann zu sehen, 22.40 Uhr. Da habe ich nochmal aufs Handy geguckt, 22.40 Uhr, ich habe mich voll verguckt. Weil die erste Null, äh, die erste 2 sah für mich aus wie eine Null. Super. So, deswegen bin ich runtergegangen, habe erstmal ein bisschen Spaghetti gegessen, weil meine Mutter macht öfter mal Spaghetti, weil sie leicht zuzubereiten sind und sie schnell gehen. Auch wenn wir Spaghetti schon langsam zum Hals raushängen, aber naja, egal. Ja, stopp. Sie schmecken trotzdem ganz gut. Bita, oh, ja. Bita, könnte ich gut gebrauchen. So. Hat er einen weiteren Platz jetzt? Sturmlauf. Ist auch schon Maximum. Da kann ich wieder den Halsrand jetzt wegpacken. Die Musik hier klingt so episch. Ich weiß, vielleicht nehme ich heute wieder 6 Folgen auf. Wobei, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, weil es ist 0,34. Ich habe auch schon wieder alle Kingdom Hearts Folgen gerendert, die ich gestern aufgenommen habe. Das ist das Spiel, das nicht los ist. Es will mich und ich will es. Es ist voll für den Meister, okay. Bedingtendlich habe ich mich hier etwas hingeguckt. 100 Prozent, jawohl. Wir gehen jetzt da hin. Einfach, weil ich diese Welt, glaube ich, bisher noch nicht an zweiter Stelle hatte, weil Aqua hat damit eröffnet. Ich glaube, bei Ventus war es die letzte Welt, die ich genommen habe. Also, logische Schlussfolgerung. An zweiter Stelle bei Terra. Ist etwas falsch? Es ist nur so, dass meine Freunde mich am schönsten gemacht haben, aber meine stepmother und meine step-sisterinnen verloren haben, und ich bin so sehr gespannt auf die Ball. Die Schmerz immer findet ein Weg in ein Schmerz. Du musst dich stärker sein. Die Schmerz des Schmerz wird dich durch die schwersten Schmerzen. Aber ich... Unverschmiert! Aber... Jetzt ist es zerstört. Das heißt, erst war Ventus da, dann war... Dann Terra hier, und zum Schluss Aqua. Ich werde euch vernichten! Oh nein, wieder diese Karnickel! Warte auf! Oh, weggefetzt! Oh nein, die Dicken auch noch! Kann sein, dass ich... Oh! Oh! Das will ich haben! Na, verdammt! Ich krieg's, glaub ich, nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nicht mehr. Die Schmerz des Schmerz ist wichtig, aber das ist nicht alles, was du willst. Huh? Es gibt nichts mehr zu glauben. Nichts. Nichts, mein Lieber? Oh, jetzt. Du wirst wirklich nicht das. Oh, aber ich mache. Es ist einfach kein Problem. Nämlich. Wenn du all deine Hoffnung verloren hast, ich hätte nicht hier sein können. Und hier bin ich. Oh, komm jetzt. Versuch diese Teile. Du kannst nicht auf die Ball sehen wie das. Die Ball? Oh, aber ich bin nicht. Natürlich bist du. Aber wir müssen hurry. Jetzt, was diese Worte magischen Worte? Oh, ja. Bibbidi-bobbidi-bobbidi-bobbidi! Oh, es ist eine herzliche Kleine. Oh! 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 Der Traum wird wahrgenommen. Ja, aber wie alle Traum. Ich bin froh, dass dies nicht weitergehen kann. Du wirst nur bis in der Nacht, und dann, auf der 12 Uhr, wird der Traum gesperrt werden, und alles wird wie es vorher war. Ja, ich verstehe. Die Krebs wurde mit der Lichter erboren. Sie war voll mit Lichter. Warum habe ich nicht gesehen? Die Karte war rechaut. Was hast du gemacht? Ich kann gar nicht sagen, dass sie die gleiche Person ist. Wer bist du? Terra. Terra, in deinem Herz, glaubst du, dass die Träume werden können? Ich glaube. Aber ich glaube auch, dass du einen Effort hast, um sie zu werden. Ja, natürlich. Aber manchmal, nur glauben in Träumen ist leichter als gesagt. Ich wollte sie sehen, dass sie richtig ist. Ich wollte sie sehen, dass sie richtig ist. Also, das ist das, was sie zu erinnern hat. Faith in ihr Herz, dass alles möglich ist. Wo ging sie? Auf der Royal Ball in der Paläse. Geh, und wenn du sie sie tanzen, sie wissen, dass sie glaubt. Und das wird dir helfen, auch zu glauben. Okay. Sind wir einen Speicherpunkt? Nö, offensichtlich nicht. Ähm, ich habe heute die erste, die fünfte Folge hochgeladen von Kingdom Hearts. Und natürlich auch Pokémon und Xenoblade. Ah, perfekt. Das heißt, die ganzen Tipps, die man mir dann zukünftig schreiben wird, auf die kann ich alle nicht mehr eingehen. Zumindest nicht direkt im Gameplay. Nur mehr im Kommentarbereich. Aber... Das mag ja nichts, wenn Tipps gegeben werden. Denn vielleicht findet irgendwann mal jemand... Ah, ha, ha. Vielleicht findet irgendwann ja mal jemand dieses Let's Play. Der, weiß ich nicht, ein paar Tipps sucht, weil er nicht weiterkommt. Und dann sieht er mein Let's Play und liest da ein bisschen die Kommentare durch. Oder guckt, wie ich so spiele. Weil ich eventuell andere Möglichkeiten oder andere Vorgehensweisen verwende als diejenige Person. Und das hilft mir dann auch. Weil das hilft der Person ohne... Der Person ohne genau. Hört auf! Weil das hilft der Person dann und mir auch. Eigentlich wollte ich den da paralysieren, aber... Oh! Magie gestiegen, ja. Danke! Ich bin eher ein... physischer Knüppler und kein magischer Kämpfer. Oh, da war eine Krone, ich hab sie gesehen. Trotzdem muss ich ein paar Dinger leveln. Eintrank, danke! Ja, eine Truhe ist sie auch. Donnerwetter! Schießt Kugelblitze. Jede einzelne Kugel ist sehr stark. Oh, da... Da... Das... Wird mich triggern. Ne, aber... Interessant. Naja, danke. Nur die Analyse. Oh! Da ist ein anderes Bild. Oh! Oh! Mann, verdammt! Jetzt heißt es nicht irgendwelches Bild Aquahard. Einfach Millionen Ballons da auf der linken Seite platzieren. Oh! Ich hab ein Hutteil übern Haufen gefahren. Ein Pylon. Kraftkristall. Kann sein, dass jeder von denen andere Sticker findet? Ja, Kraftkristall und Lunarkristall. Schwertwurf. Eisklinge. Ich kann das jetzt schon, obwohl es jetzt zu für 2 ist. Okay. Immunität. Und Eisklinge. Und das ist Salakabula. Mensch, Kabula. Ja, wie auch immer das heißt. Wie auch immer es nicht geht. Anwendungs-Invitamagie erleidest du keinen Schaden. Hm. Interessant. Bibi-di-ba-bibi-do. Oh, ist dieses Spiel gut. Ist das Spiel gut, aber so richtig? Also, Kingdom Hearts geht bei mir schon irgendwie seltsamer Wege. Weil Kingdom Hearts 1, geil. Dann... Ähm... Jane of Emery is nicht so geil. Dann Kingdom Hearts 2, geil. Dann, wie gesagt, für vier Tage nicht so geil. Und das hier ist wieder geil. Deswegen auf, ab, auf, ab, auf, ab. Das müsste theoretisch gesehen der nächste Kingdom Hearts Teil auch wieder nicht so geil sein. Und der übernächste auch wieder mega geil. Komisch. Ah, jetzt bin ich hier. Perfekt. Hier, wo Aqua... Wow. Wo Aqua eröffnet hat. Ich hab sie genau gesehen. Da ist aber auch eine. Was ist das doch? Ja, da geh ich gleich hin. Erstmal will ich hier... Wie heißt der Begriff? Looten. Sorry, aber so in Deutsch-Sprache oder Gaming-Sprache, die verwende ich eigentlich nicht. Da oben sind... Bösewichte. Inversierte oder Uninversierte, oder wie die hier heißen. Ich hätte fast Herzlose gesagt, aber Herzlose gibt's hier nicht. Das sind ja in Kingdom Hearts 1 und ich glaub 2. Gemach. Ist hier noch irgendeiner? Boah, mit einem Schlag. Der Gegner zerfetzt. Hör auf. Boah, ich bin wirklich gefetzt. So. Uh, Diamantenstaub. Boah. Oh, der macht Schaden. Übel. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich den Diamantenstaub noch nutzen, aber nö. Da, du da. Hm. Vielleicht nicht. Wenn du da bist, bist du. Ich bin ein, die. Ich bin ein, das hier. Ich bin ein, das hier. Ich bin ein, das hier. Ich hab dich gerade gehalten. Ich will sie. Ich bin ein, das hier. Ich möchte es zum Ballen. Ich bin sehr fremd. Okay. Aber bleiben Sie hinter mir, oder du sie verletzt. Du bist nicht überrascht? Hast du nicht gesagt, dass es wichtig war, stark zu bleiben? Oh, ähm, ich glaube, ich habe es geschafft. Also, bist du bereit? Ja. Wieder eine dieser Mission. Äh, äh, äh. Guck ihr nicht unter das Kleid, du Schwein. Wehe, irgendjemand von euch begrapscht sie. Oh nein. Uh, er hat sie begrapscht. Hä, warte. Na, warte. Hör auf! Noch irgendeiner? Ja, da. Lasst sie in Ruhe. Oder ihr kriegt das mit mir zu tun. Wer? Oh nein. Der rechte, der kleine da. Hör auf! Danke. Noch irgendjemand? Ja. Oh. Ich kill euch. Nee, den darf ich nicht. Jawoll. Doch noch mit Diamantenstaub. Noch besser. Hm? Noch nicht aufgeholt? Sie ist ja schon da. Hä? Hä? Ach so. Ja, noch mehr. Kommt her. Äh. Du dick warenst. Du dick warenst. Hau ab! Nein! Oh. Oh shit. Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Du bleibst hier. Naja, die lass ich mal. Oh no! Finger weg! 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 Schnell! Hinter Sintarella her! Ja, der da! Ja, der da! Ich weiß, ich habe mich jetzt umsonst geheilt, aber... Komm! Guck doch nicht so doof. Ich habe auch dieses Ars Ding nicht ewig. Schnell! Mmm, Konterstoß. Locken und Konter. Hapfel Konter vergehen... Erfolg nach Hapfel ist mit X... Ah, das ist gut. Und das kann ich wenigstens, hoffentlich. Und das kann ich wenigstens, hoffentlich. Und das kann ich wenigstens. Ah, jetzt weiß ich nicht, wohin der eine Treppe führt, durch die Aqua nie gehen konnte. Oh nein, da oben war bestimmt auch noch eine Droge. Schwertwurf, geil. Kann man immer kombinieren mit anderen geilen Sachen. Da müsste ich hin, ist da noch irgendwo eine Truhe ja da. Mit höchstwahrscheinlich keine 100%, weil allein schon, weil ich bei Ventus und Aquatus halt verkackt habe. Wobei, ich könnte sie, glaube ich, nachspielen. Glaub ich. Ist das eine Truhe? Was ist alles? Also die Tanznoten. Ich will dich beim Hofball stören. Du hast sie hergeleitet? Du hast dann mit der Gräfin und ihren beiden Töchtern, die stören auch total. Naja, egal. Die sind ja eingeladen. Zera ist ja nicht eingeladen. War nur die Begleitung. Wozu sie hier so viele Kronenleuchter haben. Einfach nur zur Beleuchtung. So, ja. Das ist ein großer Raum. Den müsst ihr gut ausleuchten. Deswegen pflanzen wir jetzt 1000 Kronenleuchter in einen Raum. Und der schön hell ist. Wenn ich ein bisschen Geld verschwinden kann. Ja, naja. Nein! Er ist Ausgewicht hier? Was? Okay, das klingt jetzt gut. So, das überlebt ihr nicht. Oh, ihr Deivelnt. Nein, warum hab ich das getan? Das war dumm. Oh, ja, schön. Boah. Ich ihn gebe. Damit Terra ihn gibt. Da ist aber noch einer. Du da. Wo ist er denn da? Durchgemetzelt. Da sind aber noch zwei. Oh, Eisklinge. Level up. Der Metzlteil ist ziemlich gut nieder. Reiner Knüppler. Blitz. Wahrscheinlich kann er auch mit Blitzklinge. Ich will dich nicht. angreifen. Und mit der Handeln. Schwertwurf, Eisklinge. Boah. Grätsche. Guter Stoß. Das wollte ich nicht. Schwertfall. Das ist auch schon. Schwertwurf. Betreuungsklinge. Moment. Stopp ist auch weg. Äh, auch fertig meine ich. Schon viel besser. Im Zwischenspeicher. Ah, wieder. Ein bisschen mach ich noch. Hab ich ja noch etwa vier Minuten. Außer wenn er in eine Cutscene kommt. Ehh. Das ist auch blöd. Ich riskiere es. Das Jatsui beim anderen Part. Der Linger ging aber egal. Bis zum nächsten Mal. Zisch rein. Wir müssen den Haaren kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut, dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder für dich